Beide Kameraarten bieten dir als Fotograf ungezügeltes kreatives Potenzial. Digitale Spiegelreflexkameras, kurz DSLRs genannt, sind durch die Bauform ein Klassiker. Dank ihrer Bauweise erlauben dir DSLRs genau das im Sucher zu sehen, was gerade vor dem Objektiv passiert und ohne, dass dir eine Elektronik das Geschehen aufbereitet. Bei der Aufnahme klappt der Spiegel dann nach oben und der Verschluss öffnet sich, um das Bild zu belichten. Nachdem der Verschluss sich geschlossen hat, klappt der Spiegel wieder nach unten. Diese Konstruktion erlaubt zudem den Einsatz des sogenannten Phasen-Autofokus-Systems. Dieses System ist sehr schnell und das auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Der Nachteil dabei ist aber, dass der Fokus nicht auf dem Bildsensor ermittelt wird. Dadurch können unter Umständen ein unschärfendes Bild entstehen, wenn Objektiv- und AF-Systemen nicht optimal aufeinander abgestimmt sind. Zudem sind die Gehäuse von DSLRs im Vergleich zu denen von spiegellosen Systemkameras recht groß. Spiegellose Systemkameras punkten durch die relativ geringe Größe und Gewicht. Bei dieser Kameraart gibt es keinen Spiegel und folglich muss dieser auch nicht weggeklappt werden, um eine Aufnahme zu machen. Lediglich der Verschluss schließt sich vor der Aufnahme einmal kurz und bei der Aufnahme dann erneut. Der Monitor auf der Rückseite ist deutlich größer als ein DSLR-Sucher und ist außerdem für Brillenträger übersichtlicher. Die meisten Spiegellosen setzen einen Kontrast-Autofokus ein. Die Schärfe wird dabei direkt auf dem Bildsensor ermittelt. Das ist in den meisten Fällen etwas langsamer und benötigt auch mehr Licht. Dafür können keine Fokusfehler entstehen. Zwar besitzen einige DSLRs auch ein solches Autofokus-System für den Live-View, dieses ist in den meisten Fällen denen der Spiegellosen unterliegen. Einige höherwertige Spiegellose haben einen Hybrid-Autofokus. Dieser vereint das Beste aus beiden AF-Systemen. Dafür kosten die Kameras mit diesem speziellen Sensor allerdings deutlich mehr.